Guten Morgen, ich bin Professor Hauptbahnhof und hier ist mein Kollege, Professor Messer-Schmidt. Haben Sie gut geslafen? Ja, ich habe es. Und wir haben keine Angst. Keine Angst? Nein, nein. Und hier ist Dr. Remmer, Docent Karlsson, Professor Karlström, Docent Valer, Professor Salas, Professor Schörlund und Docent Hohenthal und Dr. Larsson. Alle herzlich willkommen. Dankeschön.